schön dass du hier bist zur heutigen meditation mein name ist annika henkelmann und mit dieser kleinen auszeit darfst du deinen aktiven gedankenstrom ganz bewusst unterbrechen ihn umlenken und dadurch zu deutlich mehr innerer ruhe gelangen mache es dir hierfür an einem ruhigen wohlfühl ort bequem entweder im sitzen oder im liegen richte dich gut ein nimm dir einen moment um anzukommen dann senke deinen blick oder schließe deine augen es ist so schön dass du dir jetzt gerade diesen wertvollen moment der ruhe schenkst alles andere darfst du nun beiseite legen alles was eben noch deine aufmerksamkeit wollte ist jetzt nicht von bedeutung hier und jetzt geht es nur um dich und du darfst dich nun mehr und mehr fallen lassen ganz egal was eben oder in den letzten stunden war jetzt und hier ist alles gut du bist gerade genau dort wo du sein sollst genieße die stille die dich umgibt atme entspannt ein und aus und nun komme mit deiner aufmerksamkeit ganz bewusst zu deinen gedanken beobachte wie die gedanken kommen und wieder gehen ohne sie zu bewerten sei einfach der beobachter nimm wahr was jetzt gerade in deinem kopf geschieht und stell dir nun vor deinem inneren auge vor dass jeder einzelne gedanke eine seifenblase ist vielleicht hast du gerade sehr viele kleine aktive seifenblasen in deinem kopf die dort wild umher kreisen die kommen und gehen und dich nicht zur ruhe kommen lassen vielleicht gibt es neben den kleinen auch eine besonders große präsente seifenblase die heute sehr viel raum in dir einnimmt die für einen gedanken steht der dich gerade ganz besonders beschäftigt wie wie zum beispiel ein problem angst ein zwangsgedanke eine schmerzhafte erinnerung oder etwas ganz anderes beobachte werte frei was jetzt gerade in deinem kopf geschieht sie all die seifenblasen die in dir kreisen nimm alles war was gerade ist und nun mache ich damit dir bewusst, dass du jederzeit frei entscheiden kannst, wie du mit deinen Gedanken umgehen möchtest. Mache dir bewusst, dass deine Gedanken nicht dich kontrollieren sollten, sondern du sie. Und du darfst dich jetzt ganz bewusst dazu entscheiden, deine Gedanken, die aktiven Seifenblasen in deinem Kopf zu stoppen. Sage hierfür nun entweder laut oder in Gedanken Stopp und sieh, wie die Seifenblasen augenblicklich langsamer werden, bis sie schließlich vollständig zum Stillstand kommen. Du spürst direkt eine angenehme Erleichterung in deinem Kopf. Bleibe nun in genau diesem schönen, ruhigen Gefühl und stelle dir vor, dass du mit deinem Finger nach und nach alle Seifenblasen zum Platzen bringst. Berühre liebevoll jede Seifenblase und beobachte, wie dein Kopf immer freier, immer leerer und entspannter wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und als du schließlich alle Seifenblasen und somit alle deine aktiven Gedanken aufgelöst hast, spürst du, dass sich eine herrliche Ruhe in deinem Kopf und in deinem gesamten Körper ausbreitet. Du fühlst dich vollkommen entspannt, dein Kopf ist kühl und klar. Du spürst tiefen inneren Frieden, Fokus, Klarheit und neu gewonnene Kraft in dir. Und nun lasse in deinem Kopf, dort, wo eben noch die Seifenblasen waren, ein Bild erscheinen, welches für genau diesen wunderschönen, entspannten Zustand steht, in dem du dich jetzt gerade befindest. Nimm das, was sich dir als erstes zeigt, alles ist möglich. Es kommt direkt aus deinem Innersten. Und wenn du magst, kannst du es ab sofort in dein Leben integrieren, als Anker, mit dem du dich jederzeit in das Gefühl von Ruhe und innerem Frieden zurückholen kannst. Und dann ganz langsam verblassen die Bilder vor deinem inneren Auge und ich zähle hierfür nun rückwärts von 5 bis 1. 5, komme mit deinem Fokus zu deinem Körper, spüre die Unterlage, auf der du dich befindest. 4, atme einmal tief ein und aus. 3, kreise langsam deine Handgelenke, bewege deine Finger. 2, bewege deine Arme und Beine, folge den Impulsen deines Körpers. 5, öffne sanft deine Augen, komme wieder an im Hier und Jetzt. Wie geht es dir jetzt nach dieser kleinen Auszeit? Hat sich etwas verändert? Und welches Bild hat sich dir gezeigt? Teile sehr gern deine Erfahrungen mit mir, ich würde mich von Herzen freuen. Alles Liebe für dich, Namaste, deine Annika